So, dann würde ich mal sagen, willkommen zu einem kleinen Letzt-Test. Ich spiele zumindest mal im Letzt-Test. Eine kleine Runde in der Solo-Show. Einmal Four Guys. Gibt es jetzt kostenlos auf Epic Games. Deswegen dachte ich mir mal, spiele ich es mal an für das Letzt-Test. Ob da später noch was draus wird, ob da ein Let's Play draus wird, ob da irgendwie Karts mit irgendwelchen anderen aufgenommen werden. Ich weiß noch nicht. Erstmal nur das Letzt-Test. Ich habe schon ein paar Runden gespielt. Das kenne ich zum Beispiel schon in den Kreisen, wo wir in der Hindernis um drinnen zu ziehen. Ja, ein, zwei Runden habe ich schon ausprobiert, um so die Spielmechanik zu verstehen. Ich habe mich in den Proberunden gar nicht so schlecht beschlagen. Also, mal schauen, wie ich mich jetzt hier in der Aufnahme erschlage. Willkommen zu Four Guys. Ich bin der kleine Blaue mit dem UI unter Setszadon. Mit dem Stacheln-Armbänder. Stacheln-Armbänder. Man sieht es da, wo der Fall ist. Jetzt gehe ich hier glattende Menge unter. Ich bin Flocker darüber weg. Das ist nicht mehr ganz so locker. Ja, geht noch alles klar. Ich muss auf das Gelbling. Noch bin ich relativ weit vorne. Noch. Ich fahre es mal durch die Mitte durch. Ja, das ist klar, dass sowas passiert. Das passiert in 100% der Fällen. Und das sind wir schon am Ziel. Okay, und in der besten drei, Platz drei bin ich sogar. Sehr geil. Nicht schlecht für die erste Aufnahme-Runde. Okay, der Arme-Jib steht rum. Ich weiß nicht, wohin soll. Okay. Oh ja, hier den Typen mal anfeuern. Das ist alleine ziemlich weit hinten. Na komm. Was ist da denn? In Georgia. Na komm, na komm. Das schaffst du. Jetzt schafft das sogar durch. Geil. Jetzt ist er auch vorne bei den Leuten. Also jetzt. Na komm. Georgia. Nicht stehen bleiben. Weiter. Weiter gehen. Na komm, hüpf. Und rein ins Ziel. Na. Er wird ausscheiden. Ja. Also disconnected. Einverzüblich. Ich stehe unten links. Okay. Das akzeptiere ich. Mal schauen, wie weit ich hier komme. Also ich glaube, in der Proberunde war ich mal kurz vorm Finale. Ich kann es jetzt natürlich nicht beweisen, aber... Ich kann es jetzt nicht beweisen, wie weit ich hier in der Proberunde habe ich noch nie mal jemand vorgelesen. In irgendwelchen Let's Plays. Ich weiß. Okay, ich verstehe. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Bei anderen. Und Let's Play. ich versuche mal nicht auszuscheiden was wird jetzt gezeigt bananen und orangen habe ich hier bananen waren glaube ich dort ok kirchen habe ich hier orangen uranischen blaubeeren bananen waren da bitte banan jetzt keine ahnung hier vielleicht nicht schubsen leute kirchen bananen melone blaubeeren kann auch immer ein bisschen gucken wie die anderen laufen übernahmen kirchen blaubeeren bananen äpfel wo bitte waren die äpfel nein ausgeschieden ja gut das war jetzt nicht ganz so toll die erste runde die erste aufnahme runde wir machen gleich noch eine hinterein mit schliffe 3 ihr seht ich hab schon ein paar runden gespielt ja das war ein schlechtes minispiel machen gleich noch eine runde ob ich heute bis zur krone kommen weiß ich nicht unwahrscheinlich aber ein paar runden weiter können wir noch kommen gerade die rennspiele kriege ich einigermaßen gut hin oha das ist interessant aus wohl weg oha aber jetzt sind nicht die maps die ich schon geübt habe also die maps die ich schon kann die kommen ja irgendwie gerade nicht vor das wäre natürlich für die aufnahme super ich bin ja auch blutiger anfänger über das erste legen sind wir gut gekommen und da sind wir durchgefallen hier längs wir haben einen sicheren platz und weiter hier oh nein da war noch na komm und jetzt hier nein ich bin ja eingestölpert nicht schon wieder ausscheiden ich war drauf er ist nicht schon drinnen im ziel das heißt man muss sich mal langsam auf den weg machen na komm vielleicht können wir es noch schaffen ich bin jetzt nicht mehr zu sehr runter fallen ja da sind wir drin der steht irgendwie desorientiert vom ziel solche gibt es auch noch äh wo bin ich achso ne okay okay hier steht einer am start und bewegt sich nicht ja solche gibt es hier natürlich auch Mr. Dino na komm schaffst du das noch rein ich höre dich an ha doch nicht ich bin durchgekommen einen drinnen hängen oder sie drinnen okay nächst runter oh das sieht ok das hatten wir schon schon in den Höhen vielleicht ja Ja, vielleicht mach ich es diesmal besser, jetzt starb ich ruhig immer besser. Na komm. Ich muss hier gucken, dass man nicht diese Rollen nimmt, sondern die in die richtige Richtung führen. Dass man nicht die Ausfahrt verpasst. Dass hier ein Wälder kommt vorbei. Geh hoch. Na komm. Kannst du jetzt dabei bleiben und nicht runterfallen. Ich bin runtergefallen. Okay, unten geht es noch weiter. Die ersten kommen zu Ziel. Nein, ich bin schon wieder an der selben Feldstelle runtergefallen, das ist doch nicht wahr. Oh nein, aufstehen. Und weiter. Na komm, hoch hier. So knapp. So knapp. Ich war schon vorm Ziel. Ist doch deprimierend. Ich habe das privat schon besser geschafft. Näh, ich soll doch jetzt Euch noch etwas zeigen. Na komm. Nehm Euch noch eine gute Runde auf. Ich信-Bern. Wir werden jetzt noch etwas zu sehen. Das heißt, es ist ein Hörger perdu. Wir werden jetzt noch ein Halter sein, Die Krone werden wir nicht mehr kriegen, aber das Knapp-Ross-Finale werde ich noch kommen. Das kenne ich schon die Wippen. Inzwischen habe ich eine Taktik gefunden, da durchzukommen. Jetzt habe ich schon 2-3 mal privat gespielt. Das ist relativ hart. Okay, erstes Ding nach vorne kommen. Schnell nach vorne kommen. Nicht zu den Hintersten gehören. Das ist das beste Ding, was man haben kann. Nein, 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 nein. Die noch relativ gerade sind. Am besten hat man zumindest als Erster durchrennt. Was ist da dran hier? Die Knapp noch gerade. Ich halb 455, 455. Ich hoffe, dass da oben jemand wieder umkippt. Verdammt. nuouuii hallack cambiar Meu Mal langsam DK! Lüpf da drüben, mach es wieder runter. zwei sind schon qualifiziert also langsam durch hier langsam sondern schnell auf die seit oben so geht euch langsam wird es hier nein das schaffen wir nicht ja wenn man jetzt runter fällt ist eigentlich schon fast zu gelaufen wenn noch sind ein paar felder frei noch ist was möglich ach komm ich vergas auch heute komplett tue mich heute auch gut 20 sind schon im ziel das wird eher sollte ich mal langsam so rein kommen wir noch ins ziel gerade so die zeit wäre auch gleich vorbei ich stehe noch vom ziel rum was tust du blockierst noch andere spieler das ist die erste runde schauen ob wir zumindest mal bis zur dritten kommen und die besten 20 so mal das wäre noch mal was für ein ding schnellbahn ok zwei runden müssen wir das schaffen das habe ich schon gespielt fingerdehnen auf gehts wo in der ecke nicht los hier nicht lange zurück bleiben und den land vorbei das will ich langsam hier ist es nicht gut die durchschlüpfen da müssen wir lang oha und weiter hier weiter 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 keine zeit verlieren ich bin doch bescheuert hier oh no ich bin jetzt schon ausgeschieden ich bin jetzt schon ausgeschieden ich habe mich da hängen geblieben ach komm ach komm was weiter hier Nein, 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 was ist denn heute hier los? Was ist denn heute? Ich hänge hier. Das ist halt die Aufnahme. Ich glaube es mir nicht, aber ich habe mich in der privaten Runde besser gestellt. Deutlich. Würde ich mir selbst nicht glauben, aber die ersten 6 Schuhe sind schon im Ziel. Ich bin noch auf der Mitte. Was ist denn los? Das wird heute nichts mehr. Ach, weg. Das kann man doch nicht präsentieren. Tut mir leid heute, dass ich heute so nahe. So eine Schande hier für den Tieren. Ist gar nicht wahr. Eine Farbe. Yay. Hübsch. Ja, ich wünschte, ich könnte euch Besseres bieten, aber ja, nehmt diese beste Runde, würde ich das Beste reinschneiden. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht spielen wir noch irgendwann mal die Tage mal mit anderen Leuten zusammen. Ich werde noch ein bisschen privat üben. Dann kann ich euch ein bisschen was Besseres zeigen. Für dieses letzte Test soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Habt einen tollen Tag. Bis dann. Tschau. empty. Tschau. Outro